Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Bundesliga-Tipps. Bundesliga-Tipps, 17. Spieltag. Der Hinrundmeister ist klar, die Absteiger auch, der Relegationsplatz auch. Mal gucken, wie der Rest wird. Los geht's mit meinen Tipps. Für das erste Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach tippe ich auf einen Sieg der Bayern, auf ein 3 zu 1. Letzte Saison, einer der ersten Spiele. Mönchengladbach hat beide Spiele überzeugt und die Bayern völlig überrumpelt. Nun da ist es Revanche und die werden denen auch wohl gelingen. Das erste Samstagspiel ist zwischen Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV. Hamburg hat gegen Hoffenheim als letztes Jahr ganz im Ordnung gespielt. Sie haben 2-0 gewonnen, verdient auf jeden Fall. Leverkusen dagegen hat gegen die Heimstärke von Hannover nicht bestehen können. Dementsprechend war es leider kein Unentschieden, aber so ist das manchmal. Und nun gewinnt Leverkusen mit einem 2 zu 1. Das nächste Spiel ist zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Frankfurt wieder zurück in die Spur. Fragezeichen. Nun geht's gegen Wolfsburg. Ich vermute mal, dass Wolfsburg gewinnen wird mit einem knappen 2 zu 1. Das nächste Spiel ist zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart. Stuttgart hat gegen Schalke gewonnen. Aber wie ich das schon letztes Mal erwähnt habe, Schalke hat momentan so eine leichte Auswärtsschwäche. Die Mainzer, ja, schaffen die jetzt am letzten Spieltag den Sieg gegen Stuttgart. Denn tendenziell gewinnen die Mainzer eher zu Hause, weil auswärts funktioniert es gar nicht bei Mainz gegen Stuttgart. Nun, ich denke mal, dass die Mainzer gewinnen werden mit 2 zu 0. Und damit zumindest die Stuttgarter ärgern können und fast überholen. Oder sogar überholen? Weiß ich gar nicht. Das nächste Spiel ist zwischen Kreuter Fürth und dem FC Augsburg. Beide abgestiegen in dieser Saison. Bislang, also wenn die Endrunde nur diese ganze Saison wäre. Beide unten. Hoffenheim, es nicht mal aufzuholen. Fürth hat jetzt mal einen Gegner, wo man sagen kann, den können wir sogar besiegen. Nämlich zu Hause stehen drei Siege zur Wörtsbuche. Und ich denke mal, der vierte wird folgen. Fürth gewinnt mit einem einzigen Tor. Mit einem 1 zu 0. Augsburg hat zwar gegen Bayern in Ordnung gespielt, aber das hatte ich ja auch erwähnt, dass die Bayern relativ Probleme haben in Augsburg. Und andersrum. Weil die Spiele von Augsburg den Bayern nicht schmecken. Das nächste Spiel ist zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Ja, bei dieser Begegnung, da auswärts Hannover mal wieder, wird wahrscheinlich dann Düsseldorf gewinnen. Ich habe aber auf ein Unentschieden getöpft. Auf ein 0 zu 0. Dieses klassische auswärts ist Hannover und wird verlieren. Naja, irgendwann muss das mal aufhören. Ich denke mal, das Unentschieden der Punkt wird zumindest ein bisschen Ruhe bringen in dieser Situation. Und wieso denn nicht? Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages, nämlich zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg. Bei dieser Begegnung tippe ich auf ein Unentschieden, auf ein 1 zu 1. Der DFB-Pokal steht demnächst nämlich an. Und ich glaube, die Kräfte werden ein bisschen gespart. Andersrum, zu viel gespart ist auch nicht gut. Ich denke, dass Freiburg das Spiel führen wird und die Schalker dann erst aufwachen und merken, ach, wir müssten ja eigentlich doch nur in der Bundesliga ein paar Punkte holen. Das nächste Spiel ist das erste Sonntagsspiel. Es ist zwischen TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Hoffenheim hat jetzt letzte Saison ein Spiel verloren gegen Dortmund. Völlig verdient, klar. Sonst ist aber Dortmunds Angstgegner Hoffenheim. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Auch wenn Hoffenheim jetzt am letzten Spieltag echt so schlecht gespielt hat. Also, die haben verdient, wirklich abzusteigen. So schlecht haben sie gespielt. Trotzdem Punkte sammeln heißt es gegen Dortmund. Und damit die Bayern weiterhin noch mehr Vorsprung aus Vormund lassen. Kein Sinn. Das nächste Spiel und das letzte Spiel dieser Hinrunde, dieser Begegnung, dieses ganzen Spieltages ist zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg. Nürnberg, ja, kann man jetzt sagen, gut wieder hingekommen. Bremen dagegen, ja, die haben jetzt irgendwie gegen Frankfurt eine Sache abgeliefert. Wie ich schon erwähnt hatte, die letzten Spiele. Bei Bremen ist das so, mal spielen sie gut, mal spielen sie schlecht. Irgendwie kann man sie nicht wirklich einordnen. Ich vermute mal, dass sie gegen Nürnberg nicht so gut spielen. Und dementsprechend Nürnberg mit 2-0 gewinnt. So, das waren meine Tipps für diesen 17. Spieltag, für diese Hinrunde. Und wir sehen uns dann dementsprechend wieder, wahrscheinlich ein bisschen später. Denn ich bin am Wochenende, dass dementsprechend das für den ersten Spieltag, der für den ersten Rückrunden später ist, später da. Das heißt, vielleicht wird ein Tipp dann Dienstag kommen, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Spieltag wieder, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann und tschüss.